Sie hören den Artikel Camping aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 10. März 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Camping, von lateinisch campus für Feld, bezeichnet eine Form des Tourismus. Die Urlauber übernachten in diesem Fall in Zelten, Wohnwagen oder Wohnmobilen. Wird in Zelten gekämmt, so spricht man auch von Zelten. Camping wurde Anfang des 20. Jahrhunderts populär und ist mittlerweile eine weitverbreitete Urlaubs- und Reiseform. Inzwischen finden sich weltweit Möglichkeiten, auf Campingplätzen, oft in landschaftlich reizvollen Lagen, in Klammern zum Beispiel auch in Natur- und Nationalparks, zu übernachten. Campingplätze stellen, wie auch manche Stellplätze, sanitäre und elektrische Versorgungseinrichtungen zur Verfügung. Campingplätze gibt es für jeden Geschmack, von der einfachen Wiese mit Waschhaus bis zu hochkomfortablen Einrichtungen mit Supermärkten, Restaurants, eigenem Schwimmbecken sowie Fernsehanschluss und Internetangebot, in Klammern meist WLAN. Übernachtungen auf Campingplätzen sind in der Regel preiswerter als in Hotels. Die Preise haben sich allerdings in den begehrten Urlaubsregionen und bei komfortablen Angeboten in der Hauptsaison angenähert. In den meisten Ländern Europas ist Campieren außerhalb dafür vorgesehener Einrichtungen, in Klammern wildes Campen, nicht erlaubt oder nur unter strengen Auflagen gestattet. Definition Campingplätze Campingplätze sind auf einem Campingplatz, zum Beispiel Grillen, verbunden. Campingplätze Campingplätze Man campte relativ einfach, mit Zelten und einfachen Gegenständen zur Erholung wie Faltboten. Es entstand die sogenannte Wochenendbewegung. Durch den zweiten Weltkrieg wurde die Entwicklung unterbrochen, erst nach Kriegsende und mit dem einsetzenden Wirtschaftswunder konnte sich die breite Masse wieder Urlaub leisten. Erstmals wurden PKWs umgebaut und mit Campingutensilien ausgestattet. Der im Jahr 1931 erfundene Wohnwagen trat seinen Siegeszug an. Es entstanden Begriffe wie Stoffvilla oder Haus am Haken. In den 1960er Jahren entstand eine auf Camping spezialisierte Industrie. Es wurden extra Fahrzeuge wie der VW-Bus für das Camping umgebaut, das Camping wurde technisiert und durch Neuerungen wie die Bordtoilette komfortabler. In den letzten Jahrzehnten wurde die Palette der Angebote stetig ausgebaut, sowohl was die Anzahl der Campingplätze als auch die Hersteller von Fahrzeugen und Ausrüstung anbelangt. Mobiles Campen Unter mobilem Campen versteht man den häufigen, in Klammern meist täglichen, Wechsel der Übernachtungsörtlichkeit. Dies kann auf unterschiedliche Arten erreicht werden. Rucksacktourismus, in Klammern Englisch Backpacking, ist die bekannteste Art des mobilen Campens. Dabei hat der Camper all sein persönliches Gut im mitgeführten Rucksack. Die Ausrüstung ist darauf angelegt, möglichst wenig Gewicht zu haben, um das Gepäck auch über lange Distanzen hinweg zu Fuß tragen zu können. Rucksacktouristen wandern vielfach quer durch die Region. Dabei wird der Platz der Übernachtung oftmals kurzfristig ausgewählt. Die Kosten für die Ausrüstung sind aufgrund des geringen Gewichts höher, die für die Übernachtung auf Campingplätzen dafür in aller Regel geringer. In Nordamerika weit verbreitet ist das Kanu-Camping. Im Prinzip gleicht es dem Backpacking, nur dass die Ausrüstung nicht in einem Rucksack, sondern im Kanu oder einem Kajak mitgeführt wird. Dabei kann wesentlich mehr Gepäck transportiert werden. Die Route orientiert sich dabei an dem befahrenen Gewässer. Auf Fahrradtouren funktioniert das Campen ebenso wie beim Backpacking. Das Fahrrad dient als Transportmittel für die mitgeführte Ausrüstung. Gleichzeitig können aber größere Strecken als beim Rucksacktourismus zurückgelegt werden. Es kann deutlich mehr Gepäck mitgenommen werden als zu Fuß. Auch die Benutzung eines Fahrradanhängers zum Transport von Gepäck, Kindern oder auch Haustieren wie zum Beispiel Hunden ist immer mehr verbreitet. Schließlich bietet auch das Motorrad die Möglichkeit, täglich den Übernachtungsort zu wechseln. Dabei gleicht es eher dem Campen auf Fahrradtouren, denn dem normalen Campen in einem Wohnmobil oder Wohnwagen gespannen, da auch hier der Platz für das Gepäck begrenzt ist. Deswegen wird vielfach dieselbe Ausrüstung wie beim Backpacking verwendet, weil sie leichter und kompakter in den Ausmaßen ist. Und nicht zuletzt ermöglicht natürlich ein Reisemobil und auch jedes Wohnwagen gespannen das mobile Camping. Glamping Das Wort Glamping steht für Glamorous Camping und bezeichnet eine auf Luxus ausgerichtete Form des Campings. Die Ausstattung von Wohnwagen und Zelten sowie der angebotene Service sind dabei sehr hochwertig und sollen den Luxusansprüchen einer zahlungskräftigen Zielgruppe entgegenkommen. Der Trend stammt aus den USA und Großbritannien. Rechtliche Situation Die Gestattung von Camping gestaltet sich von Land zu Land, teilweise auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Grund hierfür ist die gesetzliche Regelungskompetenz, welche sich in jedem Land unterscheidet. So ist die Regelung des Campens in Italien beispielsweise Sache der Kommunen, in Deutschland bestimmen Landes- und Bundesgesetze, wo Camping gestattet ist und wo nicht. In den meisten europäischen Ländern ist Camping lediglich auf behördlich genehmigten Campingplätzen und gegebenenfalls mit Zustimmung des Grundeigentümers auf Privatgrundstücken zulässig. Deutschland In Deutschland richten sich Verbote auf öffentlichen Straßen nach der STVO oder der STVZO. In Wohnmobilen und Campinganhängern ist das einmalige Übernachten im Wohnwagen, in Klammern bei angekoppelten Zugfahrzeug oder in einem Reisemobil auf Raststätten und Parkplätzen geduldet. Außerhalb von Campingplätzen bzw. Privatgrundstücken ist der Aufenthalt mit einem Wohnmobil oder Wohnanhänger nur für die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit gestattet. Es darf bei der Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit allerdings kein Aufbau von Trittstufen, Stühlen oder Tischen, Grill oder z.B. Markisen stattfinden. Karavans dürfen in Deutschland auf öffentlichem Verkehrsgrund bis zu 14 Tage an einer Stelle stehen und müssen dann wie jeder normale PKW-Anhänger gemäß § 12 Absatz 3b der Straßenverkehrsordnung entfernt werden. Für Wohnmobile gelten bei den Übernachtungen die gleichen Bedingungen wie für Wohnwagen. Nur das Abstellen ist bei Wohnmobilen wie bei einem PKW frei von Zeiten gestattet. Zwar gibt es den Begriff wildes Campen im deutschen Recht nicht, aber ein Aufenthalt im öffentlichen Verkehrsraum, der über das zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit notwendige Maß hinausgeht, gilt als unerlaubte Sondernutzung und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Findet das Campen im Wald oder auf privatem Grund statt, so treten andere Vorschriften in den Vordergrund. Demnach können von Ordnungswidrigkeiten nach den Landes-, Wald- oder Naturschutzgesetzen bis hin zu Straftaten wie Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verschiedene Vorschriften tangiert sein. Dies gilt auch für typische Begleithandlungen wie das Entzünden eines Lagerfeuers oder das Hinterlassen von Abfall. In einigen wenigen Bundesländern, in Klammern z.B. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, erlauben die Landesnaturschutzgesetze jedoch nicht motorisierten Reisenden, in Klammern Wanderer, Radfahrer, Kanufahrer etc., eine einmalige Übernachtung im Zelt in freier Natur, sofern diese außerhalb von Naturschutzgebieten stattfindet. Österreich Wildes Campen ist in Österreich untersagt. Zugelassenes Campen ist nur auf ausgezeichneten Plätzen gestattet. Einmaliges Übernachten im Wohnmobil ist auf der Durchreise außerhalb von Campingplätzen im Allgemeinen gestattet, nicht jedoch in Wien, Tirol und auch nicht in den Nationalparks und Landschaftsschutzgebieten. Ebenso wie in Deutschland ist dabei das Aufstellen von Tischen und Stühlen im Freien untersagt. Schweiz In der Schweiz gibt es eine spezielle Form des sogenannten Jedermannsrechts, welches es jeder Person erlaubt, im Freien zu übernachten, soweit dabei keine Schäden entstehen oder Abfälle zurückbleiben. Dieses Recht ist allerdings in zahlreichen Kantonen durch Verbote eingeschränkt, in der Regel wird darauf auch mittels Straßenschildern hingewiesen. Skandinavien und Schottland In den nordischen Ländern mit Ausnahme Dänemarks und in Schottland hat sich im Laufe der Geschichte ein Nutzungsrecht für öffentlich zugängliche Bereiche in der Natur entwickelt. Dieses sogenannte Jedermannsrecht erlaubt es unter bestimmten Voraussetzungen, auf unkultiviertem Land vorübergehend zu campen, auch wenn dieses Land in Privatbesitz ist. Voraussetzungen sind beispielsweise, dass nichts beschädigt wird und keine Abfälle zurückgelassen werden. Und um näher als 150 Meter an einem bewohnten Haus, in Klammern auf Ferienhütten zählen dazu, campen zu dürfen, muss die Einwilligung der Bewohner eingeholt werden. Das Befahren von unkultiviertem Land mit Motorfahrzeugen ist grundsätzlich nicht zulässig. Für viele Staaten weltweit ist der Tourismus generell und das Camping im Spitzellen eine wichtige Einnahmequelle. Deutschland Im Jahr 2012 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 7,5 Millionen Gästeankünfte, in Klammern 5% mehr als 2011, auf deutschen Campingplätzen mit insgesamt 26,1 Millionen Übernachtungen, in Klammern 4% mehr als 2011, gezählt. Gäste aus dem Inland machten mit 6,1 Millionen Ankünften, in Klammern ca. 80% aller Ankünfte und 22 Millionen Übernachtungen, in Klammern ca. 84% aller Übernachtungen, den größten Teil der Campingtouristen aus. Aus dem Ausland wurden insgesamt 1,4 Millionen Ankünfte und 4,1 Millionen Übernachtungen gezählt. Diese Ergebnisse umfassen nur das Tourismuscamping und nicht das Dauercamping. Deutsche Touristen blieben mit durchschnittlich 3,6 Übernachtungen deutlich länger als Gäste aus dem Ausland, die durchschnittlich 2,8 Nächte auf den Campingplätzen verbrachten. 2013 gab es 2.869 Campingplätze in Deutschland mit einer Anzahl von etwa 228.000 Stellplätzen. Die Niederländer waren 2003, in Klammern neuere Zahlen, nicht verfügbar, die mit Abstand wichtigste Gästegruppe unter den 1,1 Millionen ausländischen Campingtouristen. Jeder zweite ausländische Gast, in Klammern 54%, auf deutschen Campingplätzen kam aus den Niederlanden. Von den 3,3 Millionen Übernachtungen ausländischer Gäste entfielen sogar 64% auf die Niederländer. Mit deutlichem Abstand lagen die Dänen an der zweiten Stelle, in Klammern 7% der Übernachtungen ausländischer Gäste, gefolgt von den Campern aus dem Vereinigten Königreich und Belgien, in Klammern je 4%. Österreich In Österreich übernachteten in den Jahren 2005 und 2006 insgesamt 4,93 bzw. 4,67 Millionen Menschen auf Campingplätzen. Dabei war das Bundesland Kärnten mit 1,79 und 1,67 Millionen Übernachtungen knapp führend vor Tirol mit 1,34 und 1,25 Millionen. Deutschland Insgesamt übernachteten im Jahr 2006 5,4% weniger Menschen auf einem Campingplatz als noch im Vorjahr. Im Hinblick auf die Gesamtzahl der ausländischen Touristen im Land ist Deutschland führend mit einem Anteil von etwa 56% aller Gäste. Schweiz Innerhalb der Schweiz kamen Deutsche und Niederländer im Jahr 2010 mit 33% aller Übernachtungen nach den Schweizern mit 53% aller Übernachtungen auf Platz 2 und 3. Insgesamt wurden 2010 3,328 Millionen Übernachtungen gezählt. 2009 waren es mit 3,65 Millionen Übernachtungen 10,2% mehr. 28% aller Gäste übernachteten im Tessin, in Klammern etwa 921.000, danach folgten das Wallis, in Klammern ca. 523.000 Übernachtungen oder 16% und das Berner Oberland, in Klammern ca. 365.000 Übernachtungen oder 11%. Der durchschnittliche Gast übernachtete 3,5 Tage in der Schweiz, wobei das Tessin einen Wert von durchschnittlich 4,5 Tagen verbuchen konnte, die Zentralschweiz hingegen nur 2,4 Tage. Campingausrüstung Üblicherweise werden beim Zelten und Trekking verwendet ein Zelt, in Klammern inklusive Zeltnägeln oder Heringen, ein Schlafsack, Isomatte bzw. Luftmatratze und Korrer. Siehe auch die Artikel Bordtoilette, Campingführer, Reisemobil, Reisemobilstellplatz, Beerpool, Wohnwagen und Wohnmobil. Der Artikel Camping wurde von Max Langkau mit dem Benutzernamen Matt Maxien am 10. März 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 anportet, kann unter creativecommons.org slash licences slash by-sa slash 3.0 slash deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash camping. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden. Das ist eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte abgerufen werden. Das ist eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte abgerufen werden.